Eine Ebene ist ausgewählt und eine ist frei, wunderbar, und ich kann nichts mehr machen. Also, der warnt sich da nicht. Man muss selber darauf achten, dass die offene Ebene auch ausgewählt ist. Gut, für das Gehäuse hätte ich gerne, für die Krone hätte ich hier gerne auf der rechten Seite ein abgerundetes Rechteck. Das kann ich ja jetzt...